hey leute ich bin max oberüber und das hier ist max genau und wir gehen jetzt schwimmen und nehmen euch damit sie mit und springen so ein bisschen rum und ich hoffe es gefällt euch ja ist mein zweiter wieder glaube ich ich bin da nicht so talentiert aber ja ich hoffe es gefällt euch so 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So und da wir jetzt so viel Sport gemacht haben, haben wir uns jetzt gedacht, müssen wir uns etwas stärken und genau, oh, hier noch ein Auto, deswegen holen wir uns jetzt was zu essen. So, wir setzen uns jetzt hier hin, essen noch ein bisschen und hier drüben kommt ihr noch mal zu meinem letzten Video, hier drunter zu irgendeinem zufälligen Video und hier unten könnt ihr mich abonnieren, wenn ihr euch traut, damit ihr nichts mehr verpasst und wenn euch der Vlog gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben und dann würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder, am Sonntag wahrscheinlich. Tschüss!